Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir haben die Clementine gefunden, überall sind Zombies und irgendwie wollen wir hier wegkommen. Wir haben jetzt bis zur Nacht gewartet und jetzt gucken wir mal, was uns hier auf der Straße erwartet. Ich weiß es nicht. Noch sehe ich nichts, okay. Letztes Mal waren ja schon hier die beiden Typen, als wir im Hellen hier waren. Okay, nach da kann ich nicht. Wow! Hat er mich erschreckt? Nein, alles gut. Verdammt! Ja, man muss... Also man muss sich, wie man sieht, man muss sich richtig schnell teilweise für Antworten entscheiden. Okay, und diesmal hat der Typ auf dem anderen dabei. So, und hier, da unten, die Zeit, die abläuft, da, ähm... Ich bin einfach ein Typ. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Aww. Whoever you are, let's get a move on. We just... Oh! It's Chad! Da ist sein Kumpel! Let's go! Get to my car! Go! Verdammt! Okay, nur weil wir uns jetzt für die Nacht entschieden haben, ist sein Kumpel Chad schon tot jetzt. Das ist ja fies. Gut, aber dafür haben wir jetzt einen neuen Bekannten, jetzt haben wir diesen, äh, Officer Mitchell kennengelernt. Ja, wie gesagt, also für die Antwort muss man sich echt immer schnell entscheiden, deswegen kann ich da meist nicht mehr viel zu sagen, weil ich muss das echt schnell lesen dann. Weil ich muss das für mich dann ja auch erst übersetzen und so. Das, äh, da brauche ich auch ein paar Sekündchen dann länger für wieder, als wenn es da auf Deutsch stehen würde. Also deswegen sorry, falls ich, falls da irgendwas nicht so ganz deutlich rüberkommt oder so. Aber das muss ich dann einfach echt schnell lesen. Hey, get out of your dad, man. Yeah. I'm sorry, Sean. Chad was a good dude. Yeah. One of the best. Take care of you two. Danke fürs mitnehmen, Officer Mitchell. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mayor's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta and, äh, Chet. He got killed. No. You're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. Yeah, hier, dein junges Lebensretter. Your boy is a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Das ist noch so eine Frage. Looks like you hurt your leg pretty bad there. Oh, yeah. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. Here, you take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Also, ich finde diese Frage auch sehr komisch, dann, ähm, wenn er die Kleine fragt, ob sie uns kennt. Und dann mit dem Kopfschüttel zu kommen. Ja, das ist so schlimm. Oh, ja. Ja, könnte schlimmer sein. It's not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? Mein Name ist Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Hey, Herschel. Und das ist noch so eine kleine Hilfestellung. How did this happen? Ähm, Autounfall. Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Hmm, out of Atlanta. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I'll get your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking... First thing tomorrow... We got a reinforced defense around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Oh, gar keine Diskussion. Im Lettschnuppern muss ich da diskutieren. It smells like... Shit. Oh. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. Tut mir leid. Ich schmeiße einen Dollar ins Fluchglas. I miss my mom and dad. Aww. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. Aber jetzt schlaf, mein Kind. I love you, baby. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in a little offense. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? Duck? Yeah. Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat, lady. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Yeah, yeah. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Na klar. Also, die Gespräche und so finde ich auch alle sehr cool gemacht. Also, oh, das Bein ist auch schon deutlich besser, wie man sieht. Ähm, also die Gespräche und so finde ich alle sehr cool. Die finde ich, sind alle sehr atmosphärisch. Und, äh... You have such pretty hair. It gets lots of wrinkles. Also, ich soll jetzt auf jeden Fall erstmal mit allem reden. Mit jedem Typen reden und so. Ähm, wie gesagt, die Gespräche und sowas sind sehr cool. Aber, wie gesagt, ich kann die leider nicht alle übersetzen. Und, äh... Ich hoffe, ich entschuldige das. Beziehungsweise, ja, ihr versteht das meiste. Also, ich gebe mir Mühe, da ein bisschen alles zusammenzufassen. Wie gesagt, wir sind jetzt soweit, haben die Verantwortung mit ihr übernommen. Und die können... Also, hier dieser Kenny und so. Und mit dem kleinen Junior. Die, der Duck oder halt Ente mit Spitznamen genannt wird. Weil alles an ihm abprallt wie Wasser von einer Ente. Von dem Gefieder einer Ente. Ähm, die können uns dann nach Macon mitnehmen. Wenn hier wahrscheinlich die Karre wieder funktioniert. Und da hinten bauen die halt jetzt noch einen Zaun. Und jetzt klappern wir jetzt mal alle Leute ab hier. Hey, Kenny. Hey, da, äh, Kenny. Brauchst du Hilfe? Nehm, ich glaube, ich habe es geschafft. Was heißt, wie geht es einem so um? Also, der hat schon, ähm... Sein Sohn an der Tankstelle, glaube ich, war es. Vor so einem Viech gerettet, der den angegriffen hat. Und den konnte er zum Glück dann den Sohn noch beschützen. Aber sag doch mal, was ist denn dein Plan? Also, was ist deiner Familie's Plan? Geh zurück nach Lauderdale und lass das Messen geteilt werden. Die Regierung wird beginnen, zu schützen, und der National Guard wird seine Sache machen. Auf der gewisse Chance, dass Dinge zu schlecht sind, können wir auf mein Boot, ich glaube. Du hast ein Boot. Ich bin ein kommerzielles Fischerer. Ich fange ein Mackerel, Dolphin, was, was er beitert und bezahlt. Kaccha würde nicht so wild sein, aber das Boot ist nicht so schlecht. Okay, also Kenny hat auch noch ein Boot. Ah, dein Truck können wir auch noch angucken. Okay, nicht der zuverlässigste Truck, äh, Jeep, aber, äh, gut zu mir. Das ist eigentlich ein Stück von Scheiße, aber Hall ist alles klar. Okay. So, was haben wir denn hier? Bevor wir hier, ich glaube, hier können wir gar nichts angucken. Wir können uns doch nicht mal das Haus angucken, wie schrecklich. Na, dann quatschen wir mal hier mit, äh, Katja. Hey, da, Mädchen. Ihr beide seht aber entspannt aus im Moment. Ihr beiden seht eigentlich entspannt aus. Ich denke, wir machen einfach gut. Clementine hat mir über die erste Runde gesagt. Oh, ähm, wie ist das? Es ist einfach. Well, ja. Also, du bist gut? Anyway, es ist fast, wie wir uns nicht sehen, dass wir uns nicht alle anderen für die letzten drei Tage haben. Es ist hier hier peaceful, nicht wahr? So, also, hier oben da die Infos, das sind immer, ähm, die Sachen, die, also, die was mit der Geschichte, die was mit der Veränderung der Geschichte zu tun haben und sowas. Das kann man auch, äh, äh, ausblenden, aber ich denke mal, das ist ganz interessant zu erfahren, was dann jetzt gerade so passiert ist und was nicht. Also, ich werde auch keine Entscheidung irgendwie rückgängig machen und alte Safe Games lernen oder sowas, sondern wir ziehen das jetzt einfach so durch und wenn ich halt aus Versehen scheiße labere, dann ist es halt so, da müssen wir dann irgendwie mit leben. Aber, äh, die Knie sehen total komisch aus, gerade von der Clementine. Ähm, na gut, was macht ihr denn gerade so? So, uh, what do you do when corpses aren't walkin' around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and, äh, not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Nee, das stimmt. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Hm. Katja learned you were fired. Ja gut, ich wurde rausgeschmissen bei der Schule. Also, an der Universität, wo, ähm, unser Lee Lehrer war. Und, äh, was mir gerade einfällt, ja, in der Nacht, da war ja auch noch was. Da hat er ja noch Stimmen gehört, ich vermute mal von seiner Frau, vermute ich mal. Und, ja, er war ja wegen irgendwas verhaftet. Also, vermute ich mal, dass er seiner Frau irgendwas angetan hat. Also, ich weiß nichts Direktes, ähm, ich hab mich groß noch nicht über das Spiel informiert. Ich kenn das auch halt noch nicht, blind, wie immer. Aber, wie gesagt, er wird irgendwas mit seiner Frau anscheinend, oder er wird verdächtigt, wahrscheinlich seiner Frau was angetan zu haben. Was bestimmt gar nicht so gewesen ist, oder wie auch immer. Oder vielleicht ist sie ja da als erster ein Zombie geworden. Ähm, hey, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, da war was. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwann aber raus, was es damit auf sich hat. So, und wie war es denn in der Stadt? Ja, wie war es denn in der Stadt? Jenny hat es einfach gewohnt. Wir haben so viele Leute, die brauchen Hilfe, und wir haben einfach gewohnt. Wir haben einfach gewohnt, über ein paar, einfach... Es ist okay, es ist okay. Du hast nicht mehr gesagt, mehr zu sagen. Ich will nach Hause zurück, aber dann kann ich nicht wegnehmen, die Dinge, die wir... die Dinge, die Doc, durchgebracht hat. Nichts du willst zurück nach dem Moment, bevor du wusste, all das alles? Ja, wer würde das nicht? Okay, da haben wir jetzt alles besprochen. Mal gucken, vielleicht komme ich ja noch... Au, warte mal, mit Clementine können wir jetzt auch noch sprechen. Das möchte ich natürlich auch noch erst machen. Okay, also wir müssen mit ihr nicht auf Toilette gehen oder so, das kann die schon ganz alleine. Ja, und sie hat eine schöne, fröhliche Zeit mit Katja. Da freuen wir uns, ich versuche mal... Nee, zum Haus kann ich nicht. Aber mal gucken. Da hinten sehe ich schon den Traktor. Okay, also die Steuerung mit solchen... mit diesen Kameraschwenks mag ich überhaupt nicht. So, dann haben wir da... Oh, was haben wir da? Holz. Also das ist Holz, was er eigentlich schon wegbringen sollte zur Deponie, aber hat er zum Glück ja noch nicht gemacht. Jetzt hat er es nämlich hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, sie sind laut, äh, schmerzvoll und, äh, sind langsam wie, äh, Pum, Pum, Pum. Hey, Duck. Winke, winke. Kannst du nochmal? Winke, winke. Gucken wir mal, ob dem Jungen das irgendwann zu doof wird. Winke, winke. Anscheinend nicht. Nochmal? Winke, winke. Hallo. Hallo. How are you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Natürlich. So, Sean, dann berichte doch mal. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Brauchst du Hilfe? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two by the length, that's sure speed things up. Na klar, können wir die Teile durchsägen. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. Oh, shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. Yeah. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe, and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Not too close to my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. Nicht alles durchsegen. I'm sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Okay, sein Dad braucht auf jeden Fall Hilfe. Ähm, hast du noch was zu sagen, Sean? Okay, also wir sollen jetzt dem Dad halt in der Scheune helfen. So, du, Kenny, hier, dich können wir nochmal winken. Winke, winke. Hallo. So, und dann, ja. So, dann gehen wir erstmal zum Daddy. Daddy. Daddy, yo. Daddy, yo. Hallo? Achso, weiter komme ich nicht. Herschel. Krostowski. How'd you get out of Atlanta? Äh, I got a ride. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Ha. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, so I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to? Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Tja, meine Familie, meine Eltern sind in Macon. With my brother. Well, I hope they're alright. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Tja, so quasi. Ich habe nach Hilfe in ihrem Haus gesucht. Yeah, I was looking for help in her house. Hmm. Can I give you a piece of advice? Klar. Was ist er denn? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers, if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I start checking the attitude, friend. Go! I'll get my gun! Ich gebe das nicht. Ja, ich lasse auf mich. Nimm erst mal den. Mach was. Zieh ihn raus. Los, geh zum Traktor. Geh zum Traktor. Ach, da ist Teddy schon. Komm schon, jetzt fahr den scheiß Traktor zurück. Los, los. Komm schon, ein Stück, ein Stück. Nein, 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 nein. Jetzt gehen wir. Ich bin okay, Pop. Ich bin okay. Ich kann dich schützen, nicht zufrieden. Ich bin okay. Wir stichst du auf. Es hat mir fast... Es hat mich, man. Er hat mich versucht, mich zu retten. Ich weiß, ich weiß. Gott sei Dank ist die kleine Clementine überhaupt gar nicht verstört danach. Muss ich, Alter, diese ganze kranke Scheiße anziehen, reinziehen, ey. Aber, aber, das, das, das ist, da ist keiner dran schuld. Ich war nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden. Hey, ich war nicht zufrieden. Wenn deine Frau nicht zufrieden, dann besser hoffe ich, dass du stärker bist. Oder deine Freunde nicht zufrieden. Aber... Ich geh nicht zufrieden. aserne. Aber, das, 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 das. Bitte aber, ich geh nicht zufrieden. Ich geh jetzt. Ja, wenigstens haben wir unsere Mitfahrgelegenheit nach Macon noch. So schnell können sich die Dinge ändern, von halbwegs Passarbezug richtig harter Scheiße. Das war's, Sprit ist alle. Nee, die sehen nicht so freundlich aus. Ach du Scheiße, da sind gleich ein ganzes Rudel immer von überall. Run! Run! Run!